Liebe Freunde, herzlich willkommen zu Let's Play Half-Life 2 mit Barney und einem anderen netten Kerl und schöne Handgranaten, schön viel Munition, schön viele neue Waffen, noch mehr Handgranaten. So, was sollte hier unser Ziel wohl sein? Ey, geh mal weg, geh mal weg. Achso, wenn ich hier durchlaufe. Achso, da muss ich glaube ich die Granaten reingeben. Ne, du brauchst uns sogar, dass ich... Du bist der coolste, ja. Interessant. Das war ein Strider. Ne, kein Strider. Die Landungsschiffe. Sie kommen über das Dach. Wenn wir durch die Schilde wollen, müssen wir die Generatoren einzeln ausschalten. Hier, nimm das Medikit. Feuer, Freiein, Gold! Hier, geht's irgendwie irgendwann später weiter mit dem 100%-Tor. Hier, geht's irgendwie irgendwann später weiter mit dem 100%-Tor. Ich brauch deine Schilder, Muni. Ich brauch deine Schilder, Muni. Ich brauch deine Medizin. Ich brauch deine Medizin. Danke. Okay. Okay. Okay, Moment mal. Hier sind... Aha, da, dumm ist einer oder so eins von solchen Energiekerne. Der ist halt ziemlich viel Muni. Hey, lass uns jetzt hier raus! Lasst uns raus, wir helfen euch! Das sollten wir angleichen. Sorry, Doc. Du bist echt ein Idiot! Hey, Kollege, kannst du hören, dass du eine Waffe baust? Danke. So, Ladies. Das ist der erste Kerl, den wir wegschießen müssen, Robby. So! Gut. Das ist schon ziemlich schön, was wir alles haben. Eigentlich war, glaube ich, das hier auszuschalten, sowas von unnötig. Okay, Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Mann, da muss was Tolles drin sein, wenn es zu verteidigt wird. Wo ist hier doch? Schade, wenn du schon mal hattest. Vorsichtig! Okay, wir müssen also mit Jump-Run-Skills hier anscheinend vorbei. Wenn dessen kümmern sich unsere Kollegen um die netten Herren. Ist also hier Leica James Bond oder wie? Wo muss ich jetzt lang? Ich glaube, das war vielleicht... Ich habe das rote Licht fast gar nicht gesehen. Hm, wie komme ich denn hier lang? Aha, 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 aha. Siehe ich das, siehe euch mal das hier an. Aber wie komme ich hier rauf? Ich glaube, so. Aber so, dass ich nicht den Laser will. Ich höre halt an, und so. Hihihi. Und wenn mein Ohr juckt, Achtung. Ah! Huch! Unser Ansonster, Kollegen. Ach, da kommen die. Böse. Da ist dein nächster Kern. Da ist dein nächster Gegner. Oh mein Gott, mein Ohr juckt. Übertrieben unterdrücken. Wo denn? Achso, da. Okay, ich frage jetzt, wie kommen wir halt hier weiter? Von hier aus kann ich den ja nicht, äh, kann ja mein Gravity Gun halt nicht schießen. Scheiße, Liedesplast, die, Alter. Müsst du, glaube ich, hier wieder zurücklaufen? Aber wo kommt ihr hoch? Ich frage jetzt, ich frage jetzt mal weiter, weil ich muss immer hier rein. Okay, wie auch immer der hier durchgekommen ist. Wir sind doch Single. ich bin ein scheiß Alienrohr oder was weiß ich was das für ein fettes Megarohr ist Barney kannst du uns vielleicht ein bisschen helfen ich bin ein bisschen Versuch's mal mit den Springer. Ah, die habe ich schon verwendet. Keine Elite Combine heute. Nachladen, Dr. Freeman. Du bist so ein Idiot. Eigentlich hätte ich sie so oder so ausgelöst. Du gehst mir auf die Nerven. Ach, hier kommen die auch. Ach. So. Leg. Weg. Geht doch. Hoppala. Das war's. Erledigt. Das erledigt auf den Unterdrücker auf dem Dach. Legst du auf aufs Dach jetzt, Gordon. Okay, Barney. Dann erklären wir nochmal, wie wir aufs Dach kommen. Leggo mio. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wolang? Ja, mit seinem scheiß Laserball, Alter. Was seid ihr bitte für ein Mist, wie ich helst? Ich klinge mein Handy noch. So, jetzt gucke ich extra mitten in der Aufnahme. Welcher Pisser spammt mich auf mein Handy zu? Alter, ohne Spaß, ey. Ich werde schon so oft auf Steam angeschrieben, ob jemand mit mir zocken will. Und da muss mich sogar noch irgendeiner Wurzel anschreiben. Es existiert so etwas, denn das nennt sich Steam. Geht doch. Jetzt, Barney, bitte! Ja, ohne Spaß, Barney. Ich wünsche, man kann so ein Team killen. Dann will ich dir gleich in die Fresse ballern. Halt die Fresse! Die Raketen kriege ich sogar noch. Barney, ich knall dich auf gleich. Mach auf! Dann mach auf, du Bastard! Oh, du gehst mir auf die Nerven. Halt die Klappe! In was seid ihr eigentlich gut, außer Leute abzufacken? Das würde ich gern wissen. So. Muss ich erstmal wieder von meinem Trip runterkommen. Erstmal nachgucken, wie lang geht denn die Aufnahme. Mit 10 Minuten? Okay. Schau mal, das ist eigentlich so... Ne, du bringst dir kein Strider her! Das kannst du vergessen! Ne, auf die kommt mein Scheiß ich jetzt! Geh's drauf! Boah, jetzt hab ich mich sehr in die Luft gesprungen, dich Idiot! Oh mein Gott! Ne, diesen Scheißzaun! Das ist euer dreckiger Herrn! Das war der Rage... Der Rage-Schuss! Kennt ihr ja den schon, den Rage-Schuss? Oh Gott, ist er dumm! Doch, hat kein Medikit! Ja, okay, eigentlich schon! Ey, du gehst mir so richtig auf die Nerven, wusstest du das? Du lässt meine Kollegen am Leben, hast du mich verstanden! Und wenn du ausweichst, dann werde ich jetzt so lange auf dich ballen, bis du kaputt bist! Ja, da kannst du mit Laser-Kugeln noch nicht ballen, wie du willst! Ja, da kannst du mit Laser-Kugeln noch nicht ballen, wie du willst! Wie viel hältst du ein Strider eigentlich aus? Okay Leute, da muss ich euch leider Gottes enttäuschen! Was ist in der nächsten Folge erwartet? Ja, was ist in der nächsten Folge erwartet? Das sehen wir in der nächsten Folge! Was ist, was ist hier noch erwartet? Ja, gute Idee, danke! Was ist, äh, was ist dann, äh, was, äh, was, äh, was ist dann als nächster wartet? Ihr seht ihr in der nächsten Folge! Komm auf, auf die Zitadelle! Schön, 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 schön jetzt die Zitadelle bombardieren! Okay, bis dahin und tschüss! Tschüss!